Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mit dabei ist der gute Tobias. Hey, mein Little Chatters, was geht? Alles gut, oder was? Mario Time! Hast du Mario gegrabt, ja? Ja, weil ich weggegangen bin, weil ich sozial bin. Ich spiel Yoshi. Nochmal 10, 10, auch entspannt. Nehme ich jetzt richtig auseinander. 1, 2 und, hopp! Aha! Aha! Ah, fuck, ich bin ja nicht Mario. Oh, ich habe auf Mario geguckt. So, da kommt der Stern hin. So, welche Würfel nehme ich denn? Nehme ich denn Mario-Würfel? Ne, komm, wir riskieren mal ein bisschen. Zack! Nice, brother. Nein! Geh mal nach links, werf den mal um. Ja, die Frage ist, wie viele Dings habe ich noch frei? Warte mal, wo war denn jetzt der Stern? Ja, da oben. Okay, dann gehe ich aber geradeaus weiter und dann von da nach da. Gar kein Problem, Bruder. Ah, ja. Oh! Wow, Tobias! Oh, wow. Da ging gar nichts, Alter. Kommt Twitch-Channel nicht mehr? Guck mal nochmal für alle die Fragen wegen Twitch. Twitch hat mir noch nicht entwandt. Deswegen ist Twitch so, wie es ist. Oha, Minispiel? Ey, da war echt letztes ein Spiel, ne? Da musstest du echt wichsen. Dabei sein ist alles. Ne. Achso. Oh, wieder so ein Denkspiel. Oh, nein. Du magst keine Denkspiele, ne? Ich weiß nicht. Was muss ich machen jetzt? Welcher Charakter fehlt? Da hier gibt es drei Bilder und welcher von denen fehlt? Einzelne Chat-Only-Fans für Uwe. Oha. Wäre ich Single, wäre es eine ganz andere Sache. Und hätte ich keine Kinder. Okay. Ah, ja. Ganz klar. Brauche ich nicht lange überlegen. Ich habe schon eingeloggt. Ja, ja. Mach mal hier nicht den, äh, ne? Den großen jetzt hier. Eben hast du das Spiel noch nicht mal verstanden, Digga. Ah, manche guten Dinge brauchen Zeit. Könnt ihr doch... Hä, wieso hast du ja jetzt schon gedrückt, Digga? Das sieht man doch. Bist du jetzt verarschen? Ah, ich bin trotzdem vorsichtig, Bruder. Ah, du Vollidiot! Weil ich auf dich ge... Ah, siehst du? Das sieht man doch! Ja, ja, ja. Aber man sieht, dass du auch mich vertraust. Ich wusste. Du vertraust mir. Nein, boah. Weil ich auf diese Kunden geachtet habe, Digga. Dass ich da nicht rein, rein kriege. Du hast gedacht, ich bin schlau. Scheiße. Oh nein, ich hab falsch eingeloggt. Ich hab nicht mal gedrückt. Bruder, jetzt! Ah! Ich hab nicht gedrückt, Digga. Ich war drauf, ich hab nicht gedrückt. Ich... Vollidiot, Mann. Ah, ich hab nicht gedrückt, Leute. Ich hab nicht gedrückt. Hast du gesehen, wer gewonnen hat? Nö. Oh, da geh ich glatt auf die Eins. Ich hab nicht gedrückt. Und weil ich auf... Ach, Digga. Das ist ein richtig typisches Beispiel. Großes Maul gehabt, der Tobias. Und dann... Bin doch mal erster. Gleich nicht mehr, pass auf. Der Glückswürfler. Na, ja. Berscheide. Entschuldigung. Wie viel drückst du so beim Bankdrücken? Mein Max war mal 135 oder so. Ach, komm. Ja. Genau das bist du, Digga. Was macht Tobias beruflich? Tobias, was bist du? Callboy, ne? Ja. Äh, nee, Logistik. Aha. Ah, ich wieder. Ah, ich. Ja, ja. Aber weil das System merkt, ey. Der wird mir gefordert. Der wird mir gefordert. Ja, der wird mir gefordert. Kriegst du nix hin, ja? Kriegst du nix hin, hä? Ja, ja, warte. Kriegst du nix hin, hä? Kriegst du nix hin, ja? Kriegst du nix hin, hä? Ah, ja. Warum ist eigentlich ein Fall auf mich die ganze Zeit losgegangen? Bruder, ich geh jetzt nur auf dich. Ja? 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 Ja. Ich muss kalkulieren, warte. Ich muss psychologisch denken, wie du laufen wirst. Ich hab auch voll den Trick, Digga. Du wirst mich niemals schaffen. Äh. Nein, ich bin reingelaufen. Ich bin reingelaufen, Mann. Ah, nein. Wie war das? Du wirst dich nie bekommen. Ich bin reingelaufen. Sorry, habt ihr das gehört. Hallo, Entschuldigung. Ey, hallo. Du bist, das war durch Zufall, bist du, du bist eigentlich voll daneben gelaufen, Digga. Und ich bin reingelaufen. Also ich hab, im Endeffekt hab ich dich gefangen. Weißt du? Na guck mal, ich bin Winner. Du bist der Loser, guck. Ach, Tobias, ich werde dich noch durchs ganze Spielfeld hier schleudern. Na guck mal, ich steig schon auf. Siehst du, wo ist... Tobias, hallo? Tobias? Tobias? Komm jetzt, gib mir eine hohe Zahl. Digga, Alter, in Ernst? Was ist denn das für ein Bullshit, Alter? Jungs, Tobias hat bis jetzt dreimal im Spiel gewürfelt, ne? Und er würfelt immer eine ein. Tobias? Ja, ich bin da. Okay. Zauberer Arbeit, mach ich immer. Ja. Uwe, du musst saugen. Ja, ja. Oh, wieso drehst du dich denn im Kreis? Da hinten ist noch was in der Ecke. Hallo? Ja, ich meine, wir auch. Okay, komm, lass loslegen. Komm, lass uns die Ecken saugen. Nein, die müssen jetzt in die Mitte. Komm, Mitte, 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 Mitte. Komm, Mitte, Mitte, hier oben. Mitte, oben, Mitte. Komm, unten, 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 unten. Unten, links, 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 links. Und jetzt den Rest. Hier, bei mir, bei mir. Okay, oben, links, oben, links, oben, links. Oh, aua. Ja, wir haben das meiste, glaube ich. Unten, links, oben, links. Unten, links, oben, rechts. Ah, ja. Sehr gut. Wir müssen einschacken. Guck so, zack. Macht ihr bereit? Ja, gib mir den ersten Stern. Komm schon, Bruder, jetzt. Ja. Tobias, siehst du das? Was dir gerade geschieht? Für den ersten Stern, die anzukehren. Was musst du jetzt machen? Möglichst viele Pakete laden. Auf Amazon, auf Drohne, oder was? Ich laufe rechts. Ich laufe rechts. Das Ding ist, bleib mal du eine Etage. Ja, Mann, stimmt. Wir müssen auf Taktik. So, siehst du? Gute Idee. Gute Idee. Ja, ich bin auch der intelligente. Ist es so, ja? Ah! Ah, ja. Ey, die Drohne klaut mir auch. Ach so? Ja. Die Drohne klaut auch. Ey, wie willst du das denn machen, Alter? Liefer doch das Paket ab, Mann. So, Leute, es muss ja bei uns im Lager aus. Pakete verschicken. Was meinst du das? Oh, da oben liegen zwei Pakete. Wo seid ihr denn? Da liegen... Oh, ich kann auch zwei auf einmal nehmen. Guck mal. Ja, hab ich auch eben gehabt. Oh, ich bin der Lieferant. Oh, sie geht auch weg, Mann. Oder wir haben nichts geschafft. Nichts. Aber du stehst ja auch... Oh, 8, 8. Wie soll ich da hinten laufen? 8, 8. So, ich bin jetzt dran. Pass auf. Wieder eine 5. Ah. Oh, was kommt jetzt? Hallo, ich bin's. Stern oder Münzen für dich. Oh, geil. Hätte einer jetzt von euch einen Stern, ne? Das würde safe mir klauen. Guck mal hier, schön. 30 Taler und dann... Oh, das wäre so geil. Ach, wer hat eine 8? Hier, warte mal. Er drückt doch weiter, Mann. Digga, lass mich mal auch in den Camp von dir hier einfügen, wie wir beide spielen, Digga. Das wäre doch mal geil. Ja, nächstes Mal. Ja, ja, ja. Oh, oh. Pack fällt. Jetzt bin ich wieder am Start. Ist doch kein Problem. Ich habe einen Stern, Digga. Oh, verliert er einen Stern. Oh. 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 Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. Der Stern wird nur versetzt. An einen anderen Ort. Oh, 10 Münzen, Digga. Musst du mir wieder geben, wo du mir geklaut hast? Ja, klar. Okay, check das mal. Ganz kurz, das sieht man immer. Oh, Verbündete. Ah, holst du dir Verstärkung, ja? Ja, Mann. Boah, ein Würfel mit einer 8 und mit plus 2 Münzen. Stabil. Ja, das muss man aber auch erstmal würfeln, ne? Kein Problem für mich. Egal, jetzt hat der auch schon den Stern. Ja, der Bot hat auch schon den Stern. Dann schießt du das. Flying Mozart kam kurz raus aus mir, Leute. Hopsala. Aufgabe, nicht wegkehlen lassen. Sieh doch mal ordentlich. Ich muss gerne mal in die Nase schnupfen. Schnupfen, ja? Oh. Ich musste schon... Nein, musstest du nicht. Ach so, okay. Bleib locker. Ah, easy. Schon mal am ersten, Digga. Geil, Digga. Ja, so selber. Müll. Das ist voll komisch mit dem Timing, Digga. Ich muss kurz meine Nase schnupfen. Ah, ja. Diesmal eine 2, sagst du mal was anderes als eine 1? Oh, Mann, na. Digga, das dauert alles, solange bis die Minispiele kommen, Alter. Entspann dich, Tobias. Mit Frustration kommt man nicht weiter. Kommt doch dein Minispiel, siehste. Kugelglauber. Ich magnetisier dich jetzt. Boah, habe ich einen dicken Batz. Hoho. Ah, jetzt weiß ich wie, Alter. Mein Raumschiff hat sich gar nicht bewegt, Alter. So fette Batz, Alter. Krass, Digga. Jetzt weiß ich, wie das besser funktioniert. Next Level. Guck mal, Digga, 3 Golde. Was sagst du dazu? Oh, er hat mir fast was geklaut. Ja, ich hab dir was geklaut. Auf Ende. Unschlagbar im Magnet. Unschlagbar. 27 fucking Punkte, Mann. Wie viele Sterne hast du, Tobias? Bro, es geht um die Minispiele, um den Spaß. So, ich muss jetzt erstmal die Karte analysieren. Ich muss jetzt hier strategische Anwendungen machen. Denn mit der goldenen Dore kann ich mich zum Stern katapultieren lassen. Ach, Digga. Ach, komm. Was ist denn das für ein Müllsystem? Boah, ich verstehe das auch nicht. Du hast schon einen Verbündeten, weißt du? Und würfelst du insgesamt eine 3, Digga. Guck mal, er würfelt mal eben eine 6, Digga. Guck dir das mal an, Digga. Das ist ein richtiger Verbrecher. Eine 10, Alter. Kommt auch ganz locker zum Stern, Alter. Ätzender Typ, ey. Guck ihn dir an. Was ein Sack. Was ein Sack. Tobias, wo ist die Stimmung? Die Stimmung ist da, Bruder. Warte bloß, bis der neue Kackstern platziert wird, weil es dauert immer 1000 Stunden. Der Bot nimmt euch hops. Aha, ja. Der Bot, guck mal, der ist fast wieder beim Stern. Guck mal. Ich weiß nicht. Ah, ja. Saubere Arbeit. Wieder sauber machen oder was? Aber diesmal bitte mit System. Ich bin der Führer. Okay, nach unten. Links. Nach oben. Schneller. Nach oben, hab ich gesagt. Nach oben. Ja, bin ich doch. Komm doch nach oben. Du bist doch Yoshi, Digga. Oh, wegen einem. Wegen einem Wolkenholder, Alter. Wegen einem Scheiß. Lauf. Oh, lass dich doch saugen. Nimm den in der Mitte. Nimm den in der Mitte. Oh, Mann. Du bist doch rumholen, Digga. Ne, den oben. Oben, 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 oben. Bei dir oben links, links, links. Ja, genau. Oben, links hast du noch recht. Rechts, rechts, rechts. Geile, Alter. Ja, geil. Er sagt oben links und läuft rechts. Nein, weil das Schlauch ist ja lang. Obwohl man in einem Staubsaug. Wir hängen an einem. Ja, weil das Schlauch doch lang ist, Digga. Oh, guck mal. Verloren gegen einen Bot. Guck mal. Ich hab doch eben zu Anfang gesagt. Oben, unten, unten. Du bist nie mitgekommen. Ja, hat klasse funktioniert. Überhaupt nicht. Null. Gucken wir jetzt den zweiten Stern, Digga. Was ist er jetzt hier? Ich wette, dass Yoshi gewinnt. Oh, kann ich nicht erklären. Aha. Aha. Ja. Ah, was? Du kriegst eine Belohnung, weil du das Schlechteste bist, Digga. Nee, gar nicht. Ich bin dritter. Heftig, Alter. Mhm. Was jetzt? Ah, wieder diese Heckfelder da. Hä? Ah, ja. Tobias? Ja, Pay to Win. Muss ich nicht sagen dazu. Sechs gewürfelt. Ich brauch noch mehr Sterne. Äh, noch mehr Taler jetzt. Noch mehr Münzen. Mario hat zwei, ich hab zwei. Da unter mir, wenn wir das nochmal... Yoshi, Yoshi hat keinen Stern. Hast du nicht genug Münzen, ja? Sterne-Clown. Nimmst du die armen Leute aus jetzt, ja? Oha. Oha, jetzt schau mich an, Alter. Oha, aha. Das Sternfeld ist in Reichweite. Oha. Holst du jetzt den Stern, Tobias? Ja, Mann. Hättest du jetzt den ersten Stern? Oha. Oha. Small steps are done, the big steps are coming. You know? Was? Small step is done, the big steps are coming. Clap an Tobias, aha. Ja, meine Fans. Ja, your fans, man. Yeah, yeah. Fans, Rahe. Schreibt alle in den Chat, Tobi gewinnt. Oh, ich dachte schon, Digga. Ah, ja. Oh. Oha. 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 Wenn ich jetzt den Stern wieder verliere, ne? Oh, du, Digga. Das ist gewöhnlich. Geil, dann gibt das... Geil, bitte. Ah, schade. Das war ja noch harmlos. Oha. 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 Digga, du hast einen Stern mehr, nur das nicht. Aha. Ja, Mann. Ah, ja. X im Sinn. Oh, nicht schon wieder das, Digga. Start! Oh, Digga. Ey. Der Perspektive ist sehr schwer einzuschätzen. Ne? Sei ehrlich? Geht so, ich geh einfach nach Schatten, Digga. Ich nehm einfach nur die Schatten. Richtig. Ah, ja. So, eindeutig hier grad. Yeah. Ja, Tophias, warum zockt man eigentlich kein Rainbow Six? Haben wir das nicht mal ausprobiert, wie das heißt? Das hat schon Gründe, Digga. Erstmal wegen Team auf jeden Fall, glaube ich, oder? Ja. Also Team ist der hauptsächliche Punkt. Dann dieses Drohnefahren hat überabgefuckt nach einer Zeit. Und es ist halt einfach so langsam geworden, oder? Oder wir sind schnellere Spiele geworden? Warte mal. Oh, ja. Oh, nee, ne? An meinem Stern vorbei? Ich hab keinen Helfer, nix. Stark, Bruder. Nein. Oh, ein Versus fällt, hoffentlich gegen mich. Oh, die Vibration, wo wir gestern gecheckt haben. Ja, aber ich hab keine Vibration an, Digga, du? Ich auch nicht. Treten gegeneinander an Vibration. Ich hab keine, äh, Vibration an. Oder ist es damit gemeint, diese WLAN-Balken, der sich da auflädt? Ja, ich weiß auch nicht. Gut, der Gesamteinsatz wird... Hohohohohohohoho. Scheiße. Brücken bei der stärksten Brut. Okay, ah, ich verstehe. Oder? Boah. Wie hoch ich aber gedrückt habe. Was hast du gemacht, Tobias? Vierter? Digga, dein Ernst. Ich dachte, ich habe... Oh nein. Bam! Tobias, Würfel, du bist dran. Oh, schön. Ich habe 48 Münzen. Das fühlt sich so gut an. Wird es mal ein Valorant 10er internes Match geben mit der Community, wenn du das Game öfter spielen wirst? So auf Valorant Turnier, meinst du? Was geil wäre, so ein Emporgy Valorant Turnier. Mei, was jetzt? Nein! Halt's Maul! Er klaut mir einfach mal einen Stern, Digga! Geil, geil, geil. Alter, was für ein Müll! Geil, Digga, das ist geil. Was für ein Pisskopf. Guck dir den an. Das ist richtig auch so ein Nichtskörnercharakter. Guck ihn dir an. Einfach mal einen Stern geklaut, Digga. Was ist das denn? Da kommt da die Schadenfreunde, ja? Freude. Freude. Schadenfreunde, ja. Heftig, der hat dieser Decke, Alter. Guck ihn dir an. Richtig so ein Gauner. Und jetzt holt er sich wieder den nächsten Stern. Ich dreh durch, Alter. Der holt sich immer alle Sterne, Alter. Ich hole mir noch den Wario. Ah, ja. Ja, komm. Start! Ich hab ne Taktik. Die ist krank. Geile, kranke Taktik, Digga. Nein! Ich bin auch wieder reingelaufen. Wie bei dir, Digga. Wie bei dir. Beide vom Karma verfolgt, ne? Guck mal, da holt sich Bario gleich wieder den Stern, ey. Ob ich irgendwann nochmal Forza spiele? Ja, Forza macht schon manchmal Spaß, aber... Weiß nicht. Oh, was jetzt? Er hat keine Münzen. Oh, nein! Oh, wär ich doch da mal entlang gegangen, Digga. Warum hab ich denn nicht auf meine Münzen geguckt? Kann man das sehen? Hol der Poster wieder den Stern für ihn. Guck mal. Ah, ich hab's gewusst und hab's dir nicht gesagt. Kennst du, Digga? Ja, ja, ja. Genau, Duft. Er ist ausgelutscht. Forza ist irgendwie ausgelutscht. Nein, Digga. Totaler Durchblicken. Ja, dann kann man da gar nichts falsch machen, oder? Start! Wo bin ich? Ah, easy. Was war's, oder was? Wie schnell ich bin, Alter. Ich bin immer schneller, Tobias, siehst du? Probier's. Ah, ja! Soll ich dich nochmal eine Runde Valorant zerhämmern, oder was? Hä? Ja, Wario, Digga. Der Dieb, Verbrecher, alles. Hab einfach einen Stern geklaut, ey. Ja, ja, du Typ, Alter. Das ist echt ein Verbrecher-Livestream. Oh, ein Bonus, warte. Ja, den muss ich kriegen, weil mir der Stern geklaut wurde, Digga. Leute, ganz ehrlich. Lächerlich. Ah, ein Rödel-Bonus. Ja, das passt zu dir, Bruder. Ah, wir beide. Aha. Aha. Also eigentlich hab ich ja gewonnen. Der Wario, so Verbrecher. Der hat nur mit Clown gewonnen. Eigentlich bin ich ja der Gewinner. Also Valorant ist allgemein ein geiles Spiel-Livestream, finde ich. Guckt euch gerade. Ich bin Zweiter, komm. Oh, Zweiter ist doch okay, oder?